Brief Nummer 9 von Nikolaus Pomelo, Präsident von Paidonesien, an Mirabella Mektarine, Generalsekretärin der Vereinten Nationen. Gar nicht mehr einsame Insel, Karibik, 20. Juni. Sehr verehrte Frau Generalsekretärin, mein Name ist Nikolaus Pomelo und ich bin 9 Jahre alt. Vor kurzem bin ich zum Präsidenten der Insel Paidonesien gewählt worden. Machen Sie sich bitte nicht die Mühe, die Insel auf der Karte zu suchen. Sie ist nicht eingezeichnet. Unser Land ist noch sehr jung. Um genau zu sein, haben wir es erst heute Morgen gegründet, um Punkt Viertel vor elf. Wir sind aber auch sonst ein sehr junges Land. Das Durchschnittsalter auf der Insel ist acht und unser altehrwürdigster Bewohner ist gerade mal zwölf. Fragen Sie mich bitte nicht, was es mit dem Namen Paidonesien auf sich hat. Eine unserer Mitbürgerinnen hat ihn vorgeschlagen. Bester Blitzbirne. Ihre grausamen Eltern haben sie nämlich von klein aufgezwungen, Latein und Griechisch zu lernen. Ich habe keine Ahnung, was der Name bedeutet, weil ich mich mit Griechisch nicht die Zwetschke auskenne. Aber er hat allen gefallen. Ich schreibe ihn aus zwei Gründen. Erstens möchten wir als 194. Land auf der UN-Generalversammlung vertreten sein. Unser Hoheitsgebiet ist eindeutig begrenzt. Wirklich sehr eindeutig. Und wir haben eine Flagge, einen Präsidenten und auch sonst alles, was ein richtiges Land braucht. Da dürfte es also keine Probleme begeben. Eigentlich erfüllen wir die Voraussetzungen sogar besser als viele andere Länder. Wir haben nämlich keinen Streit mit Nachbarstaaten, kein Militär und auch sonst kein Interesse an Schwierigkeiten. Kurz, wir sind der ideale Kandidat. Okay, eine Hymne fehlt uns noch. Aber unser Musikausschuss arbeitet daran. Die müssen sich nur noch einigen. Zweitens möchten wir Sie als künftiges Totalmitglied der Vereinten Nationen um humanitäre Hilfe bitten. Es ist nämlich so, unser Staatsgebiet ist sehr klein, nicht viel größer als ein Fußballfeld. Aber inzwischen leben schon viele hundert Kinder hier. Bis jetzt sind wir mit dem ausgekommen, was uns die Fischer mitgebracht haben. Aber jetzt sind sie einfach zu viele. Das schaffen die nicht mehr. Es wäre toll, wenn einmal in der Woche ein Flugzeug der Vereinten Nationen über unser Staatsgebiet fliegen und Kisten mit Lebensmitteln, Kleidung, Medikamenten und anderen wichtigen Sachen abwerfen könnte. Natürlich mit Fallschirmen. Da die Insel zu klein für einen Flughafen ist, halten wir das für die beste Methode. Sicher schicken sie uns alles, was wir brauchen. Das ist für sie ja ein Klacks. Und es wäre doch blöd, wenn man in den Fernsehnachrichten einen Haufen Kinder sieht, die von der Gemeinden Generalsekretärin der Vereinten Nationen im Stich gelassen wurden. Ich hoffe, sie verstehen meinen Brief nicht als Erpressung, sondern als Chance, die freundschaftliche Verbindung zwischen unserem jungen Land und der internationalen Gemeinschaft zu verkräftigen. Genau. Mit freundlichen Grüßen, Nikolaus Pomelo, Präsident der Insel Paidonesien.